Wenn wir Unity hätten und du wirst Lifelink haben, würden wir auch von der Regeneration profitieren und nur von dem Schaden teilen. Ich denke nicht, dass wir davon profitieren. Es ist ja kein Schaden. Ich weiß nicht, wie das da steht, wie das formuliert steht. Ich hab das nicht vor Augen. Ich denke eher, dass wenn er sich dann da rein stellt, dass er geheilt wird und wir Schaden kriegen. Ja, das war nämlich grad die Idee. Wobei, ne, ich glaub, selbst das passiert. Ich glaub, da passiert dann gar nichts bei uns. Weil er kriegt ja keinen Schaden. Ich krieg ja keinen Schaden, weil der Schaden komplett auf null gesetzt wird. So, next game. Oh, toll. So, wir müssen ja neu machen, stimmt. Ja. Hm. Kann ich kurz verkaufen. Was ist das, wenn ich da reingehe und da drauf drücke? Das sieht dann nichts oder... Verliere ich meins. Das riskiere ich nix. Ich würd's nicht probieren. Das riskiere ich nicht. Nee, nee. Nein, nein, nein. Was war die Frage? Was war weiter? Alles schick. So, new game. New game. Er wollte wissen, ob seine Maschinen verspendet, wenn er im Raum sie aktiviert, wenn sowieso schon alle Portale offen sind. Ich glaub nicht. Ich glaub, du kriegst ne Meldung, dass das nicht geht. Glauben ist für mich immer so'n Ding, dass ich... Ich glaub, die sind auf A. Und ich glaub, aber die Bombe liegt auf B. Das ist für mich. Nee, danke. Frost off. So, wenn man darf? Ich. Ich. Ich muss mal ne Maschine holen. Ich muss mal ne Maschine holen. Ich muss mal ne Maschine holen. Geht doch schon. Nicht diskutieren, Rinjen. Ich nehm mich auf. Kann eigentlich irgendwer schon ein Ring craften? Nee. Nee. Aber werden wir ja hin. Na, ich hab gedacht, vielleicht hat jemand schon alle drei Organe. Ich hab zwei. Alter, meine Maus ist grad in die Anrichtung geflogen. Da war ein Haar oder so. Auf dem Mausfeld. Richtig scheiße. Haarst du? Haarst du? Haarst? Ob er Haarst? Haarst du? Haarst du? Haarst du? Ich hab auch Haarst du unterstanden. Ich hab auch Haarst du unterstanden. Das ist ja ganz normales deutsches Wort. Haarst du? Ja. Haarst du? Haarst du? Haarst du? Haarst du? Haarst du? Haarst du? Warum? Haarst du? Die Frühlingsmauser? diese fabel ist ja er war ein vogel ja wer weiß an einer lobe diese sprung er ist oben ihr wisst oben auf die treppen da oben ist er wollte aber schon mit absicht und aus protesten das andere vier angreift immer noch diese ruhe drauf ja das ist ein komisches wieder blödsinn der wort man drauf also ich habe das hier oben hat auch es wird richtig organ welches doch bei dem ich habe alle drei da kommt das auge raus okay das da wo ich das was ich machen muss und das kriegen also du hast immer mainstead und ein legendary ring bisher hast dann ist er immer geil ich habe gebraucht für meinen trifecta ring ich glaube 70 kraft oder so dass der aber das ist aber das ist immer die mainstead drauf kannst du das ding so oft kraften also brauchst du die organe muss einmal und also habe ich auch eine truhe mit 20 ring deswegen haben wir die überbosse immer auf mp 8 oder 9 gespielt damit auch eine 90 prozentige chance war dass die trocken oder ein bisschen das ist jetzt unterschiede bei den ringen von der alten version zurzeit das ist ja der torsatz hier fühlen sich doch die alten angearscht wenn ich da denke genau um ein halbes jahr investieren um einen scheiß ring zu bekommen ja aber das ist doch nur der übergang in ein paar tagen ist das eh als nichts mehr wenn das eltern einmal los ist go back und fühlt sich sowieso jeder angearscht so ohne noch nichts er macht die ganze portale ich hatte nur eine maschine habe jetzt keine mehr es ist noch dran ich habe noch zwei dann legt man aber da machen wir nur die eine äh ich kenne das nicht nur eine ok wir haben wir das rezept her dann? A2? A2 von dem mädchen oder was? mhm zwei millionen kostet das hab ich kein problem ja muss die frage steht die in der stadt oder steht die ähm in der stadt ja das mädchen steht direkt ja oben steht ja auch so eine olle manchmal steht die auch am anfang ich glaube je nach quest nein das ist das ist die die kleine die direkt steht und da und dort genau GURT heißt sie was wie heißt sie? GURT 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 ja du musst das eh nicht aussprechen da verstehe ich das eh nicht also englisch hast du? hast du? du redest ja kein englisch du redest ja österreichisches englisch englisch du musst ja nur abformen von englisch ich red nicht wie der Arnie der Arnie der Arnie der Arnie wenn ich die wäre würde ich mir zweimal überlegen ob ich mit dir ausgebe ich bin zur lenke und nicht um zur denken der redet ja graz englisch der redet ja graz englisch das ist ganz anderes wieder das ist ganz anderes wieder ah endlich mach er ja ist das schlecht was denn? dem heilen der Schwarm macht auch Arcane Damage oder? ja eigentlich bei der Eulen nichts für dich gefährlich die auch stehen bleiben ich kann keinen grafen äh kein legendary nix wieder nichts na das einzige was geil ist das einzige was geil ist ist der Name von dieser Hose The Boon der Knopf ne na einfach nur nur rückwärts aber The Boon stimmt oh Gott ich hab grad gelesen alter deine fetische unterhalten sich grad ja stimmt die quali das ist das geil bilden Kreis der guck mal einen haben sie draußen ja damit alle nach und nach baff das ist das geil pass auf die verschwören sich gegen dich 100% also wie weit das Messer von dem weggeflogen ist krass hol mal kurz was zum trinken komm gleich ich glaube ich geh mal kurz Akt 2 ich dachte wir machen weil ich hier einfach so nein kannst du nicht komm mal kurz komm ich geh mal kurz Akt 2 gehen ich will mal kurz machen du kannst nicht so ach komm mal los komm mach mal äh ne du kannst ja eh kurz kurz trinken mal komm du komm tu es mach mal los komm jihaa so hier 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 so und dass das was ist das vitality intelligence also habe ich die wahl ist ja nämlich 50.000 ja nämlich oder sehen nämlich doch glatt ist ein bisschen besser und schön 35% bonus experience und die gilt auch für das ist bei mir alles grün wenn der alt gedrückt hat es mit dem eis ja ich das immer mit dem linken ring wenn ich das opfer und alt drück ändert sich nix ja das geht nur bei wenn ich muss aber bereit jetzt eb ein haben wir noch oder er bringt ja nix wenn man mal drei haben ach so ja gut das können wir nicht beeinflussen dann gehen wir fahren wir welche schlüssel ich bräuchte aber ich was habe ich glaube akt 2 schlüssel bild ich mal ist dass es mir fehlt den akt 1 schlüssel zweimal bekommen ach scheiße seit 2 und 1 gemacht gut alle wieder raus bin ich noch zwei maschinen gesteckt bis ich drin bin es jetzt wieder draußen und jetzt müsste ich sogar drei sekunden sterben ich bin ich voll angepasst wie heißen die denn destructions und hate habe ich ein key hate kiff hate und kiff destruction ich brauche nur terror ja das ist die akt 2 was ist die akt 2 hate ist falsch ich brauche akt 3 ich brauche akt 3 ich brauche akt 2 zweimal den aus akt 1 und dann könnte ich 2 maschinen so wie genau war akt 4 ist uns auch gut ja auch nicht schlecht ja der droppt halt alles ne wir denken können wir denken muss man jetzt alles alleine machen oder will ich nicht ja beschwerst du dich grad ja wir wollen nicht aber im ring musst du bedenken du kriegst jetzt natürlich nicht ein drittel mehr erfahrung ne sondern nur 35 prozent bonus xp wir haben ja so schon 600 prozent oder so bonus xp mhm also das ist nicht multiplikativ wäre extrem sonst das ist ja so viel ich glaube die 600 prozent er wird rum und reise auch durch torment 3 und durch die gruppe wohl wohl aber wie sind kleine gang hier hat so wurde ist entstanden todes gang weiß ich da explodiert was hier hier hier